Das ist ein Kundenfisch, der ist verkauft. Der Fisch ist qualitativ super gut. Er hat Motokuro an beiden Flossen, hat jetzt 38 cm, ist weiblich. Könnte größer sein, aber das ist jetzt im Endeffekt wurscht. Der Koi wird groß, der hat einen langen Kopf, hat einen schönen Körper, ist nicht zu fett. Wir fangen jetzt erst an auf Wachstum zu füttern. Von der Zeichnung ist der Fisch sensationell. Ich kann den Käufer nur beglückwünschen, muss ich wirklich sagen. Jetzt wäre der Fisch also locker doppelt so teuer. Das kommen dann welche, die sind etwas günstiger, haben sich dann in die andere Richtung entwickelt. Das ist einfach so, das haben wir auch. Und die wären dann deutlich günstiger. Der Test da war Volltreffer, kann ich nur so sagen. Auch von der Qualität vom Sumi, das ist exzellent. Das ist da, der Arbeit vom Sumi. Und wiecellus gut, ist hier die офassung gerecht. Hansel mitnehmen.